Schwierige und vor allem zu bespielende schwierige Mannschaft, weil sie immer wieder auch Mannschaften geärgert haben, die da oben sind. Aber sowas darf sie natürlich nicht passieren. Lempalle, 1-0 Köln! Nach der ersten guten Gelegenheit von Petermann ist es jetzt Tim Lempalle, der durchbricht. Toller Steckball! Und das fuhr 1-0 nach 10 Minuten für den 1. FC Köln. Kondé, keine Zeit für die Ballannahme. Und dann geht's schnell! Guter Ball! Es ist kein Abseits! Und der Ball ist drin! Tim Lempalle, 2-0 für den FC! Hey Leute, vielen Dank fürs Zuschauen! Hier geht's übrigens zu weiteren Fußball-Highlights. Hier könnt ihr euch Formate von uns anschauen und hier könnt ihr ein Abo dalassen.